Was geht Leute? Ich zeige euch heute, wie man den karibischen Hai macht. Ihr fangt an mit 5 CL rum, gebt hier noch nen Shaker, 1 CL Blue Coulassau und 1 CL Limettensaft. Eiswürfel noch dazu und alles einmal gut durchschütteln. So, dann nehmt ihr hier so ein Weinglas und ihr seht hier die schöne Mischung in das Weinglas. Weinglas vorher auch mit Eiswürfeln auffüllen, nicht vergessen. Den Rest des Glases macht ihr damit Gingerbier voll. So, und jetzt könnt ihr hier noch so schön ausgeschnittene Haie aus einer Orangenschale oder Zitronenschale rein tun. So, einmal alles gut rühren und schon ist euer karibischer Hai fertig.